Hey Sup! What's up! Und Willkommen zu der zweiten Episode Starbound! Hallo! Ich habe nichts weiter gemacht, aber naja. Dann werde ich es jetzt mit durchmachen. Äh, das hätte ich verschwinden können. Oh, wie teuer. Und dann gucken wir mal was auf der rechten Seite liegt. Äh, weiß ich nicht. Und was ist das? Ne, das sieht aus wie etwas, was gut aussieht. Oh, ja. Das sieht aus wie etwas, was man hier gefunden hat. Vielleicht schwebt hier jemand. Oh, wir können schauen. Oh, das ist größer geworden. Ach, ich regeneriere hab ich. Oh, das ist größer geworden. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Hm, dann schweig dich hier. Vielleicht hast du mich hier unten. Das war's. Ja, komm ich mit rein. Ich muss eine Energiequelle zünden. Mal gucken, ob ich eine zündet. Mal gucken, ob ich eine zündet. Mal gucken, ob ich eine zündet. Was ist denn hier? Was ist denn da jetzt bisher? Das ist harmlich. Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh. Oh, oh... Oh, oh! Ich hab mal ein bisschen gewartet, braucht die sich? Hm, braucht sich nicht, aber ist hier praktisch. Hm, mal gucken, was gibt es hier denn mit dem Schirm aus? Schügel! Oh! Was? Oh, 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 der sieht ja nicht aus. Stuhl. Ey, guck, das sieht interessant aus. Was ist das? Sieht das bei Glick. Glicky bomb. Ach du Scheiße, was ist denn das? Was ist das? Oh, ist es, du in Palmos? Oh. was ist das? Was ist ein Kniegeruch? Was ist das? Was ist das für ein Kniegeruch? Was ist das? Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2015 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die platziere ich. Ja, das sieht auch schön aus. Und dann nehme ich den Baum schon mal und den platziere ich hier hin. Ich schlafe. Ich frage mich, was ich machen muss. Jetzt wahrscheinlich muss ich irgendwas, dieses Zeug schmerzen und so. A little bit of coffee, time to die. Oh, das kann ich nutzen. Ich will das Platz übrigens. Okay, dann gehe ich wieder runter. Runter. Ich frage mich, ob ich nicht so ein bisschen abelgehe. Ich frage mich, ob ich nicht so ein bisschen auf dem Land habe. Ich frage mich. Ich frage mich, ob ich nicht so ein bisschen auf dem Land habe. Ich frage mich. Ich frage mich. Ich frage mich, ob ich nicht so ein bisschen auf dem Land habe. Musik 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 Und... So, so. Und abholen und dann wieder die Kette. Und die Kette. Und die Kette. Und so, dann guckst du mal. Das ist gut zu sein. Ich bin jetzt... Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Äh, da war noch keine Puppe. Oh, oh. Da hab ich noch nicht aufgeladen. Oh, oh. Ich hab nämlich keine Puppe. Das ist weil ich alles in die Planks um die Worte. Oh, oh. Geil. Oh, scheiße. Da hab ich nicht. Scheiße, da hab ich nicht. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh, gefinisht. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Nein, ich will nicht sterben. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich hab mich keinen Bock auf Ärger. Hm, Cooksteak. Necker. Ja, kann ich davon nicht machen. Ich hab auch Hunger. hol den dreck jetzt habe ich geheimnis dann muss ich dann essen und dann muss ich das konzentrieren m ich möchte ich schlagen ich möchte es mitnehmen das Was habe ich da rein? Wie ist das wirklich? Was kann ich noch nicht holen? Wie ist das eigentlich? Ich will sie holen. No. Und dann gehe ich wieder runter. So. Obwohl ich was ich finden musste. Ich denke mal ich gehe wieder nach rechts. Und rechts finde ich es am besten bisher. Jetzt bin ich schon mal da. Jetzt darf ich mich nicht. Ich werde das. Ich hoffe ich fühle mich jetzt. Ich hoffe ich hoffe ich habe euch hier. Ich bin mir einfach zu. Ich bin mir einfach. Ich bin mir im Hintergrund. Ich bin mir. Ich bin mir sicher, ich bin mir eigentlich ein bisschen dry. Ich bin in der Mutter. Ich bin mir im Untertitel gekommen. Ich bin mir dahinter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020